Hi Lia! Hallo RedOne! Hallo, ich bin Lia von Promandan.at Ich werde euch zeigen, wie man OpenBravo Kassensystem auf Deutsch hinkriegt. Als erstes, zum Downloaden kommt es hierher. Zum Herunterladen hier klicken. Dann alle Dateien in dem gleichen Kassensystem Ordner speichern. Dann auf Programm starten. Zu Konfiguration gehen. Unten im Menü Deutsch auswählen. Jetzt beenden und neu starten. Und jetzt seht ihr, dass wir ein Kassensystem auf Deutsch haben. Und hier, Überraschung. Es gibt eine Synchronisierung mit Adempiere Erb System von RedOne. Okay, not bad. Gut, auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aus Österreich von Lia und RedOne. Juhu! Juhu! Juhu!